Signify bzw. Philips Hue hat hier zur IFA 2019 auch eine smarte Steckdose herausgebracht. Und zwar habe ich die hier in der Hand. Das ist der Philips Hue Smart Plug. Der sieht eigentlich ganz schlicht und weiß aus. Ist nicht größer als eine normale Steckdose, wenn ihr die in eine Steckdose reinsteckt. Hat hier oben einen kleinen Button zum Ein- und Ausschalten. Ja, und ansonsten könnt ihr die natürlich auch noch über euer Smartphone bedienen. Hier rein passen ganz normale Schoko-Stecker, also jede übliche Lampe oder Leuchte, die ihr zu Hause habt. Oder auch andere Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschine, Wasserkocher, Waschmaschine oder was ihr sonst so anstecken wollt. Ihr könnt die eben hier oben ein- und ausschalten oder über die Smartphone Bluetooth App. Das heißt, es verbindet sich per Bluetooth mit eurem Smartphone. Und dort könnt ihr auch Routinen einstellen oder Timer, je nachdem, was ihr so damit vorhabt. Außerdem könnt ihr es dort auch noch mit Alexa koppeln. Das heißt, ihr könnt über Alexa die Sprache steuern. Und wenn ihr noch mehr wollt, dann braucht ihr eine Philips Hue Bridge. Darüber könnt ihr dann auch noch Zigbee benutzen oder Apple Siri oder den Google Assistant. Der Philips Hue Smart Plug wird für ca. 30 Euro verfügbar sein. Und zwar wird er auch in ein paar Tagen schon lieferbar sein, aber jetzt könnt ihr den schon bei uns im Shop vorbestellen.